Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung bei Stuggi TV 2017. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr verkatert. Wir haben uns gefragt, was sind eure Vorsätze für dieses Jahr? Mehr trainieren und mehr für die Uni machen. Dass ich das mache, was mich glücklich macht. Dass ich mich nicht belüge, dass ich mir treu bleibe. Das erste Semester schaffen, viel an meiner Marke weiterarbeiten und ein bisschen strukturierter werden. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mein Studium weiterzumachen und glücklich zu sein. Wird wahrscheinlich eh wieder nichts, aber ein bisschen mehr für die Schule machen. Ich bin gerade mitten in der Ausbildung, darf sich ein bisschen dran halten. Das machen, worauf man Lust hat und sich nicht von anderen Leuten hindern lassen. Vorsätze sollten nicht so an Jahreswechsel hängen. Also wenn man einen guten Vorsatz hat, dann kann man den heute jetzt gleich anfangen. Insofern eigentlich glücklich sein. Dann sind wir mal gespannt, wie die Stuttgarter ihre Vorsätze 2017 durchhalten. Wir jedenfalls wünschen euch einen schönen Start ins neue Jahr 2017. Das war's von Stuttgart TV.